hmmm Jo So, dann machen wir mal Wab Salmi Salmi-Stand, oh, das ist ja alles schon aus den Maps davor? Wieso kann ich hier komischerweise fliegen? Könnte sein Muss man das mal erzählen? Wie? Wieso? Keine Ahnung Wieso fliegst du? Alter, wieso fliegst du? Ich kann nicht fliegen Hilfe, ich drück so dämmig auf meine D-Taste wie es geht Ich komm meine D-Taste schon kaputt Oh, jetzt mach den da Klein und schön Hier baut Alcinio ihr Domizil Ähm, ja Okay Ja, man muss es mögen So, das von mir sieht auch nicht Das von mir sieht auch nicht schlecht aus Aber ich kann ja fliegen, ich kann mal gucken wie es rum aussieht Ja, oben steht Fliegen, aber ich habe keinen Fliegen Aber ich habe keinen Fliegen installiert, weil ich jetzt den Minecraft nur installiert habe Und komischerweise geht es trotzdem Schön Aber auf jeden Fall wieder ein Material Ach du Scheiße Der ist ja noch gar nicht fertig Hier geht es rein, cool Der ist ja noch nicht mal fertig Außer 75 Meter Ja, es kann auch Kissen sein, dass es ein bisschen dick oft aussieht Das weiß man ja nicht Aber nicht schlecht Das findet man alles raus, wenn man auf den Server geht und nachguckt Auf Cityville.in Hier wurde erstmal schön gerieft Grundstück 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 gehörte Roxas135 Xavin434 Und Subxillac Gemacht von S-A-S-A-One Productions Ah, so sieht es aus Die Farbe der Blätter Die Farbe der Blätter sind meine Lieblingsfarbe Hast du Standardtextikum-Pack? Ah, ich... Entschuldigung, ich habe auch den Standard... Oh, auf jeden Fall würde ich gerne auch schön was hinbauen Da sehen wir einen Admin Den Salmii Der... Gerade guckt was da los ist Weil ich hier irgendwie gegrießt Irgendwas zerstört wurde Und die Straße überflutet worden ist Was er gerade repariert hat Man muss ja nett sein zu den Admins und den Mods Was wir ja früher auch mal hier waren Ja, genau Genau Ich... Um besser zu... Ein Monat lang Ein Monat Ja Wie mach ich denn hier mal aktualisieren Oh... Alter, mein Laptop brennt voll, ey Voll warm Ich hab mir heute mal auf mein Gelb hochgeacht Das Gelb, glaub ich, kein was anderes Was ist denn hier los? Irgendwann ist kaputt Au Ist auch nichts mal los Komm, wir gehen jetzt mal zu... öhhh L, Ems.. Private Island Private Island Private Island Halt Privat Island Gucken was hier so los ist Toll, hier ist der Nur... Leck und... Ja, du kommst drauf, ich nicht. Stimmt. Ich glaube mal, dieses Video geht sowas von in die Miesel, weil wir so eine Scheiße hier labern, was ich glaube keinen Sinn macht. Nur irgendwelche Müll haben, die rumlaufen und irgendwelche Häuser. Ja, könnte sein. Am Ende haben wir nur so 10 Ansichten oder so, in zwei Jahren, so klasse. Aber naja. Ist ja auch nur ein erstes, so ein Just for Fun Video, was man sich angeboten hat. Ja, machen wir mal eben schnell und gucken mal nach und dann sehen wir ja, was dabei rauskommt. Bolle und Holz und schöne hohe Decke, so liebe ich es. Ja, was du noch nicht. Wie ist es interessiert sowas von keinem? Oh, ein Lager. Du schreibst ja doch schon wieder, das ist doof. I don't have permissions to open this arena. So, soll ich irgendwie ansonsten irgendwelche Sachen hier? Irgendwie nicht wirklich, ne? Was haben wir noch? Muss man kurz gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Was ist denn die Emsbrücke? Waren wir da schon? Entschuldigung, waren wir da schon? Warp Tempel. 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 Ja, hab da ein paar Gigabyte. Hallo, jetzt machbar ab Tempel hier. Geht doch. Wo ist der Eingang? Jo, frage ich mich gerade auch. Ah, da geht's in den Weg lang. Ähm, ja. Wir regeln die Folgen bei Eröffnung. Du darfst mit einem Freund reingehen, bestimmte Tränke benutzen. Du darfst nicht Climate benutzen, Speedmod benutzen, X-Ray benutzen, den Weg weiter sagen, sagen, wo ein Easter Egg ist, keine Spielefehler ausnutzen, zu anderen in den Tempelporten Homes setzen. Darf ich benutzen? Welche Tränke darf ich nicht benutzen? Welche Tränke darf ich benutzen? Noch nie fertig, betreten, verboten. It closed it. Toll. Das ist ja Weltklasse, weltbewegend hier, ne? Das ist sowas von rührend, ey, wenn ich die Tür nicht öffnen kann. Wo waren wir noch? Ich... Was haben wir noch hier Schönes? Ja, mach du... Nee, was ist denn hier? Ja, mach du erstmal auch nach. Stopp. Ja, Jack Job. Nachpflanzen, Bäume ganz abfällen. Sünder, Sünder. Ach so, Lumberjack halt. So hacken, weißt du, so Baumfarm. Unter 75 Millionen an der gleiche Baum. Huge investing. Burscher Block. 100 Stück verkaufen. Und 1,5 Dollar Rabatt. Ich glaube, es hat 10 Stück verkaufen. Alter. Was darf ich da mal gucken? Öp. You can buy here. You can buy here. You can buy here. Dass es im Bereich mit Shopping Plugin laggt. Was? Was? Dass es im Bereich mit... Ja, alles dummer. Dass es im Bereich mit Shop Plugin laggt, ist normal. Wenn ihr im Gewerbe einen Shop kaufen wollt. Wenn ihr im Gewerbegebiet einen Shop GS kaufen wollt, müsst ihr folgende Regel beachten. Erstens, legt anständige Preise fest. Zweitens, der Mindestpreis für Diamanten ist 12 Dollar. Drittens, baut euren Shop modern... Alter, das ist der Thema richtig, Alter. Ich hab hier 7 Bilder pro Sekunde. Auf jeden, ey. Alter Schwede. Ich auch. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir früher auf der alten Map haben, dieses Projektwille, als wir dieses Wellnesscenter gebaut hatten? Ja, oder du mitgebaut hast, wie ich gebaut habe und dann, als daneben diese Rätselentscheidung gebaut hat, wo es richtig rumgespackt hat, wo es gar nichts mehr lief? Oh, ich weiß noch, wo ich ein Haus gebaut habe und wollte das Material ändern mit, ähm, Replace. Und habe, komm... Und, leg und... Aufbauen und aufbauen und aufbauen und aufbauen. Alter, ich... Ist nur der Insel? Das ist ja hier... So, wo gehen wir jetzt... Ah, Warp... Opfer, nicht jetzt. Warp... Emsen. Was für ein Ding? Ems. Kannst du hier fliegen, jetzt auf einmal? Ah, weil hier nämlich, ähm, Creative Mode ist. Stimmt. Toll, ist aber nichts gebaut und... Naja, ist doch langweilig. Weg hier. Ich will ja nicht hin. Lebt das noch? Das ist ein Warp, Minas. Ich sehe es nicht. Dein gebautes? Minas Tirith lebt, glaube ich, nicht näher auf Cityville. Na, hier ist nur so wenig los. Ich sehe gerade ein Partikel, oh, oh, oh. Ich glaube, da war mal dein Warp. Ey, ist mitten in der Stadt, das kann ja nicht sein. Was ist denn hier noch? Warp-Leucht. Mach mal Warp-Leucht. Bist du noch mein Insel? Warp-Leucht. Oh. Ich tue mich. Nein. Oh Gott. Alter. Wer verabschiedet sich? Sorry, er verabschiedet sich. So. Ah. Hoppe. Scherz. Was ist denn hier vorne los? Ich muss mir gefallen. Ach ja, du kannst ja nicht fliegen. Ach, ein Leuchtturm. Ach, der ist doch mal. Naja. Ja, ich frage mich nicht, warum ich hier fliegen kann und woanders nicht. Oh. Oh. Ja, wie kommen wir da hin? Was ist denn das da? Wo sind wir denn hier? Äh. Wo immer wir sind. I don't know. Ich weiß es nicht. Was haben wir noch hier? Mach mal Warp. Äh. Mach mal Rich. Äh. Rich. City ist schon. Verb Rich. Rich. Rich City. RC. Und wieder so eine Kuppel mit der Asphäre gemacht. Vielleicht geht's ja nicht. Ich bin willkommen in Rich City. Hier wird's teuer. Momentan darf noch nicht gebaut werden. Softlearn. Naja, bin ich mal gespannt. Ah, der alte Spawn von der alten Map. Ja, wo ich dran mitgebaut habe. Doomhammer hat auch ein bisschen mitgebaut. Schönen Gruß geht dabei raus. Falls du das hier siehst. Ja, Wippel gibt's ja auch noch. Ach, da ist so weit. Wippel. 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 Wippel.